Herzlich willkommen in unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Tobias Albers-Heinermann und ich bin Referent für digitale Bildung im Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung. Einer von drei Fachbereichen im Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wir beraten, wir unterstützen, wir erstellen Expertisen für über 1100 Kirchengemeinden in über 30 Dekanaten und mein Fachfeld ist die digitale Bildung. Wie verändert Digitalisierung den Bildungsbereich? Welche neuen Möglichkeiten entstehen? Welche neuen Herausforderungen entstehen? Damit beschäftige ich mich unter anderem hier in diesem YouTube-Kanal. Hier finden Sie Aufzeichnungen, Tutorials, Videos aus unseren digitalen Angeboten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern, beim sich inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie den Kanal abonnieren und weiter verbreiten. Ich freue mich auch über konstruktives Feedback in den Kommentaren. Unsere weiteren Bildungsangebote finden Sie bei uns auf der Website oder auch im Blog spannende Artikel rund um das Thema digitale Bildung. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Spaß und bis bald.